Schnee, Glatteis und Dauerfrost, das droht dem Norden und Nordosten des Landes an diesem Wochenende. Mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und eisigen Winden. Die Menschen müssen mit Schneestürmen und Verwehungen rechnen. Davor warnt der deutsche Wetterdienst. Ich dachte mir so, bei dem Maß an kann man nochmal ganz gute Challenge machen. Und zwar versuche ich heute mal den längsten Wheelie, den ich heute schaffe. Ich würde sagen, wir gehen raus und let's go. Fuck, ist das kalt. Ich glaube, ich ziehe mir nochmal was an. So, Leute, jetzt sind wir draußen und wir haben hier eine schöne lange Strecke. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt bis da ganz hinten Wheelie. Ich versuche mein Bestes im Tiefschnee, Leute, beste Aktion. Nur für euch, natürlich für den Schneesturm. Ist übrigens Sonntag, ich weiß nicht, ob ich es heute noch hochlaut. Ich versuche, Leute, wir versuchen jetzt Wheelie. Let's go, lasst schon mal Like da, abonniere diesen Kanal. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein, der Schnee. Oh nein. Okay, okay. Okay, okay. Man merkt auf jeden Fall den Schnee. Okay. Ihr seht den ganzen Schnee hier, dieses Eis. Okay, Leute, Zeitversuch. Ich mache mal einen Gang niedriger. Leute, here we go. Okay. Okay, Leute. Okay, irgendwas stimmt nicht mit der Kette, aber egal. Okay, Leute, es ist so kalt. Übrigens, ich habe ein besseres Handschuh an. Kauft euch die bei Netto. Okay, Leute, here we go. Okay, okay, okay. Okay. Okay, das funktioniert gut. Hier ist auch easy Strecke. Okay, Leute, here we go. Wir konzentrieren uns. Oh mein Gott. Das ist so kalt an den Händen. Ich habe gehört, irgendwie minus 14 Grad. Also gefühlte minus 14 Grad. Und es ist in Wirklichkeit minus 5. Beste. Aber jetzt läuft gut. Es ist echt entspannt eigentlich. Ich sehe zwar nicht den Weg, aber läuft. Nice, Leute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis meine Hände absterben, kapi? Die sind schon blau. Oh, ich kann kaum bremsen. Weil, oh, meine Finger so kalt sind. Okay. Okay, unser Fahrrad ist angehalten. Let's go, Leute. Wow, wow, wow. Wenn ihr solche Videos feiert, lasst einen Like da. Und dann mache ich mehr da vorne. Oh mein Gott. Ich bin gerade hier an den Rand gekommen. Aber, gegen... Oh, shit. Alter, das ist GoPro auch einfach mal kurz weggeflogen. Alter, es ist so kalt, Leute. Okay, übrigens, schenkt mir Handschuhe. Ja, Adresse sage ich euch nicht, aber schenkt mir Handschuhe. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren einfach zurück, Leute. Übrigens, wenn Videos immer so unregelmäßig kommen. Ich kann auch später noch mal was zu Wort. Clips zeigen. Und ich bin eigentlich ganz nice geworden. Weil ich bin letzten Tag so weit gefahren mit meiner Freundin. War echt nice. Hat echt super funktioniert. Vielleicht kann ich ja morgen auch mal ein Video machen davon. Und dann nehme ich euch da mit. Leute, ich würde sagen, wir fahren noch einmal Willy zurück. Ich gebe mein Bestes, Leute. Es ist so kalt, eine Hände. Guckt euch an. Die sind schon rot. Okay, Leute. Here we go. Let's go. Okay, wir sind oben. Oh mein Gott. Dieser Wind. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt versteht. Aber, alter. Es ist, oh mein Gott. Alter. 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 Es ist so rutschig hier. In der Mitte ist es so rutschig. Leute, ihr seht auch hier. Diese Eisglöcke. Sind echt verdammt rutschig. Oh, es ist kalt ey. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht mehr, ob wir wieder auf die Straße gehen. Ach, komm, Leute. Wir gehen einfach auf die Straße. Ich hatte eh kein Auto. Ich gehe jetzt hier über den Graben. Wie wollen wir das machen? Oh. Oh shit. Alter. Guckt euch die Graben an. Okay, kein Auto fährt. Here we go. Unsere Chance, Leute. Okay. Let's go. Oh, es ist kalt. Ich hoffe, ich mache mich nicht hier im Graben, Digga. Das wäre anders. Feinlich. Oh mein Gott, die Brenn. Nein. Meine GoPro. Leute, hier wir gehen. Okay, Leute. Wir machen es jetzt einfach. Okay, Leute. Hier auf der Straße eigentlich recht entspannt. Kann man auf jeden Fall gut machen. Dann ziehen wir dir jetzt nach Hause, Leute. Let's go. Ich hoffe, wenn ein Auto kommt, nicht. Das wäre ja anders. Kurvisch. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, der Schnee. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber geht klar. Oh mein Gott. Nein, nein. Alter. Let's go. Alter. Alter, hat mich so auf die Fresse gelegt. Ich bin so ausgerutscht. Wir reißen uns jetzt alle zusammen. Und ich werde jetzt diesen Wheelie bis zum Ende dieser Straße machen. Wünscht mir Glück. Und ich hoffe, ich rutsche nicht wieder aus. Here we go, Leute. Okay, let's go. Okay, 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 okay. Das ist so glatt meine Pedale, Leute. Oh mein Gott. Okay. Okay. Wieso fahre ich eigentlich keine Autos? Das ist zwar Sonntag, aber... Oh, nein. Bitte. Oh. Oh. Okay. Der Wind ist zwar echt extrem, aber Leute, wir schaffen das. Wir schaffen es nach Egisdorf. Wenn es dort drauf steht, ziehen wir durch. Let's go. Let's go. Okay, der Wind kommt wieder. Perfekt. Okay, meine GoPro ist nicht ganz fest, aber ich scheiß drauf, Leute. Okay, Leute. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Weiter. Heute schön. Wir ziehen jetzt einfach kurz bis zu Ende, da warst du so übel, ihr lasst ein Like da. Mach kaum neulich scheiß drauf. Kann doch eh nichts mehr Schlimmeres passieren. Außer, dass der Wind jetzt noch perfekt kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts, dieser Wind. Sieht nie überhaupt was? Okay, Leute. Jetzt geht es aber eigentlich. Okay, nice. Man merkt auf jeden Fall den Schnee. Let's go. Ich kann nicht mal eine Bremse betätigen, weil... Alter. Okay, da ist auch ein Auto gekommen. Leute. Scheiße, sind meine Hände kalt. Hier nochmal kurz. Let's really. Zum Schluss. Am besten auch mal eine Hand. Ja, ganz entspannt. Leute, keine Hand. Okay. Geht besser. Okay, nice, 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 nice. Nice. Mein Gott. Alter. Was? Boah. Dieser Wind, Leute. Okay, Leute. Damit war's mit dem Video. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Und... Und... Ja, Leute. Lasst mehr. Lasst mehr. Lasst ein Like da. Wenn ich mehr Wind nicht ziehen soll. Okay, Leute. Like da. Abonniert diesen Kanal. Ciao, ciao. Bis nächsten Samstag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.